Ich hasse das Game. Leck ich mir. Holy shit! Linkes Haus irgendwo am Eingang. Ich stehe mit meinem Oberkörper über den Sandsäcken. Und meine beiden Beine werden kaputt geschossen von außen. Hat er mit einer scheiß M107 geschossen durch die Wand? Was zum Teufel war das ein langer Spray? Die Pusher von der... Hier Steps. Renn Steps bei mir. Ich war um die Ecke, Mann. Da kommt einer auf meiner Seite. Einen hab ich down. Wie heißt der Key? R, D, L, D, Asport 1. Warum treffe ich denn mit dieser scheiß Waffe nichts? Der macht sich gerade ab. Ich brauche mehr Granaten. Nein! Lass mich! Nein! Komm, lass die Granate noch töten. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich muss das durchmachen. Alter! Niemand drin. Alter, was tut es? Ja, die Flasche ist da gegen den Boden geflogen und dann wieder weg, Alter. Ja, wie kann sowas passieren, Alter? Ja, frag Tarkov, Alter. Ja, wie kannst du die Ausländer in den Boden schmeißen? Ja, wo warst du? Bin down. Oh, mein Herz, Alter. Alter, wie hat der mich jetzt gesehen? Holy shit, Alter. Das ist krank, das ist kein Run-True-Signer. Ich bin down, was? Warte, Schatz. So, welcher bist du, Uwe? Du bist... Oh, lass uns gleich mal hier vor, oder? Ja. Ich droppe dir. Einmal. Munition. Warte. Die ist ganz komisch geflogen. Ich werde die nächste, dann sieh ich noch mal, wo sie genau hinfliegt. Ja, warte mal. Und dann musst du gucken, wo der Maus die Punkte pumpen hier ist. Siehst du es? Diese Stelle ist so beschissen dafür. Energie. Ich seh sie auch nicht, oder? Richtig traurig. Hallo. Hey, hier. Siehst du sie? Nein, habe ich irgendwo gewartet. Also du siehst, dass du wirklich gleich noch vorbei bist. Ja, ja. Ja, geh... Ich würde sagen, versteckte würde ich erstmal. Warte, ich droppe dir das CMS kurz. Oder das ist dumme Idee. Dumme Idee. Ja, aber das muss... Du musst ja diesen Punkt sehen, weißt? Wenn du in der Nähe von Ludwig bist, kommt es einen Punkt vorne in einem Ziel. Ja, wenn du mein Zweck gekauft hast. Ja, du musst weg, Alter. Shit. Und der Wiese. Wo bist denn du hin? Ich habe eine. Eine habe ich. Also, okay. Dann lass... Entweder ist die zweite auch da, oder? Ich bin gerade auslosgeraufen von euch. Richtung Haus. Was? Hast du dich irgendwie bewegt nachher? Nee, ich bin down. Was geht hier? Sorry, Uwe. Alles gut, alles gut. Oh, man. Ich weiß nicht, wo du bist hier. Ich hänge irgendwo in einem Metallcontainer und verstecke mich. were ich nicht. Das war Uns 혼란art. Bis dato.